So, okay, dann wollen wir das mal hier reinstecken. Kann ich das da jetzt nicht reinstecken? Oder haben wir das da vergessen? Wenn ich es da jetzt nicht reinstecken kann, weil diese verdreckte scheiß Parasiten-Eidechse uns einfach vollgewuchert hat. Ja, ja, und jetzt? Was machen wir denn jetzt? Müssen wir die Eidechse irgendwie besiegen, oder was? Den Parasiten besiegen, aber wie? Können wir das einfach nicht machen. Ich zeige es euch nochmal, schaut es euch an. Ich kann nicht, keine Hände mehr, keine Hände mehr. Ja, scheiße ist das. Da hilft er, müssen wir erstmal noch weiter erkunden, oder was? Okay. Von hier kamen wir, ne? Oh, warte mal. Hier ist auch noch so ein Raum. Okay. Sollen wir es direkt machen? Wir gucken erstmal lieber hier. Ich lasse da gleich irgendwelche Kreaturen kommen. Was ist das hier? Oh nein, da muss wieder so ein Ding rein. Komm ich nicht, komm ich nach der Hände. Scheiße. Warte, ist das hier? Ist das was Gutes? Mal gucken. Mal gucken. Was zum Fick? Was zum Fick? Okay, also das macht für eine kurze Zeit macht es unser eine Hand frei von der Eidechse. Okay. Merken wir uns, da müssen wir ganz schnell von hier da hinten hin sprinten und das dem Zeug geben. Die Flüssigkeit einfüllen in diesen, ne? Für den anderen Menschen da. Okay, hierfür brauchen wir vermutlich noch mal so einen Kopf. Den wir vermutlich bekommen, wenn wir hier richtig reinballern. Gut. Da drüben brauchen wir ein fünftes Ding für die Tür. Ein letztes, ne? Ne, sechs gibt's. Okay. Okay. Was geht hier ab? Wie ist das hier? Oh, okay, das ist ein Typ. Okay. Jetzt sind wir hier, wo wir vorhin waren. Okay. Wir können vermutlich nicht bedienen, weil wir keine Hände haben. Das ist korrekt. Also wir haben Hände, aber ihr wisst, ne? Ihr wisst Bescheid. Okay. Natürlich knifflig jetzt. Wir müssen ja dann richtig, wirklich richtig schnell sprinten. Was haben wir hier noch? Eine Tür mit vier. Das ist ja angenehm. Was ist das hier? Ich würde ja sagen, nice ist es zwar nicht so nice, aber dadurch können wir jetzt das Ding wahrscheinlich drücken hier. Das hätte man ja vorher nicht gekommen, weil wir keine Hand frei gehabt hätten. I see. dieser Parasit ist echt so eine kleine Drecks. Ne? Ihr wisst schon. So, okay. Jetzt sind wir hier. Da hängt irgendwas, was mir nicht gefällt, was es aussieht wie Menschen. Zusammengeklappt. Hier können wir wieder nix machen. Das ist Munition. Aha. Okay. Easy. Kein Problem. Hier holen wir uns den Fünfer. Geht natürlich jetzt nicht, weil wir jetzt keine Hand frei haben. Warte mal. Ich möchte mal kurz was austesten. Ist das ja auch nur Munition? Aber das heißt nur. Also ich dachte, wir müssen hier wieder so einen Kopf reinsetzen. Aber das war Munition. Okay. Das ist natürlich perfekt. Dann holen wir uns erstmal kurz Munition für die Knarre. Sorgen danach auf jeden Fall. Dass der Parasit leidet, gefällt mir richtig gut. Gefällt mir eigentlich gut. Was will er durchleiden? Gefällt mir sehr schlecht. Komm, mach ran hier schnell die Munition. Sehr gut. Wir können uns mal kurz, solange wir noch die Hand frei haben, die Kapsel. Oh, wir haben gar nicht so viele... Wir können uns sagen, gar keine Kapsel mehr, oder was? Jetzt haben wir kein Leben mehr. Okay. Okay, okay. War auch von der Zeit, die wir... Ich teste das einmal aus. Ich renne mal direkt von hier los. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Sekunden brauchen wir hierher. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Und es wäre auch ganz leid, wenn wir jetzt nochmal hier irgendwie ein bisschen neue Health Potions bekommen. Ach, hier bringt uns ich gar nicht hin. Neue kleine Lebenskapseln bekommen können. Würde ich feiern. Okay, aber warte mal, wir holen uns erstmal jetzt das da. zerstückeln nochmal gut unsere Hand für den guten Zweck. Für den guten Zweck. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn. Okay, also wir können es zu diesem Ding dort vorne hin schaffen. Das können wir schaffen. Können wir schaffen. Okay. Das Ding ist, wir haben halt nicht mehr so viel Leben, ne? Das von da schaffen wir auf jeden Fall hier rüber, um das Ding zu drücken. Wir schaffen uns auch von da, dahin. Was ich erst mal probieren möchte, ob das jetzt klappt, wenn wir die Fiole da einführen. Das ist ein paar shit Lebens, was wir halt nicht haben, aber wir haben noch einen. Okay. Das war natürlich dumm, das jetzt in... Aha. Sie wollen nicht, dass wir da hinlaufen. Sie wollen nicht, dass wir da hinlaufen, deshalb blocken sie hier sofort ab. Das können wir trotzdem machen. Das erwähnten keinen mehr da unten dran, aber vielleicht kein Plan. Ist okay. Das sehen wir so einfach nicht, weil die Eidechse die weggeblendet hat. Okay, wir können da nicht zurück. Aber der kürzere Weg ist natürlich, wenn wir das hier machen, wenn wir dann darüber laufen. Hilft ja nix. Jetzt machen wir hier die Tür auf. Hier können wir wieder irgendeinen Scheiß machen. jemanden rumfahren. Nee, okay. Sagen wir so aus. Allgemeine Folterwerkstatt, nur so zum Gucken. Was können wir denn hier machen? Natürlich nix, wenn wir unsere Hände nicht frei haben. Das mit den Händen ist ja... Aber dieser Parasit ist so ein Drecksschwein. So ein Drecksschwein. Echt. Scheiße. Aber der Weg von da ist ja wie immer kürzer als von da links, ne? Machen wir mal. Wir probieren nochmal aus. Es hilft dir. Es hilft dir nichts. Das müssen wir ja machen. Tut mir leid. Guck nicht da so rauf. Das kennen wir jetzt schon. Wir müssen jetzt rennen, bis der Arzt kommt. Oh, ein Arzt will gut jetzt. Komm, schnäle. Komm, 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 komm. Alter, fader. Was zum Teufel geht in diesem Spiel eigentlich ab? Was zum Teufel? Okay, was können wir jetzt hier machen? Ach, sind wir das? Wir haben diesen Insektenschwanz hinten an uns dran. Seht ihr das? Wir liegen da jetzt drauf und das hier ist alles das Insekt. Oder der Parasit. Das Insekt. Die Eidinkse. Und das da vorne ist unser Kopf. Und der Parasit hat hier selber noch so einen seitlichen Kopf. Seht ihr das? Was ist das für ein Abfuck? Unsere Eidechse hat einen eigenen Kopf umarmt uns von hinten. Sagt ihr wahrscheinlich in unser Genick fest? Umarmt uns von hinten, greift uns vorne in den Bauch und es wohnt einfach hinten auf uns drauf. Ich bin schockiert. So schockiert wie selten. Ich werde ihm jetzt in sein Auge stechen. Haben wir das abgenommen, den Parasiten? sind wir wieder normal? Der Parasit ist weg. Wie nice ist das denn bitte? Aber nochmal ganz umzusammeln. Der, dieses scheiß Eidechse hatte ein eigenes Gesicht, was richtig schräg angequetscht war und hat sich einfach hinten an uns festgesaugt, hinten auf unserem Rücken gewohnt und hat uns vorne in den Bauch gegriffen und unsere Gedärme rausgerissen. Eidechse, du kleiner Hustensohn. Das ist abgehauen. Den sehen wir bestimmt nochmal wieder. Den sehen wir bestimmt nochmal wieder. Er muss in seinen Gedärme festhalten. Alter, das kannst du doch keinem erzählen. Das ganze, sein ganzer Brustkorb ist aufgerissen. Um Gottes Willen. Wieso ist die Tür da jetzt zu? Alter, dieses Drecks, Eidechsen, Parasiten, Drecksvieh. Was für ein Drecksschwan. Können wir das hier aktivieren jetzt? Soll ich den Gedärme kurz loslassen? Bitte lass ihn nicht rausfallen. Das ist der Wahre. Da waren eben diese von den kleinen Gnomen gesteuerten Maschinen waren ja nix. Der Erzfeind, der Argen Nemesis, der Endgegner, ist ja echt diese verkackte Dreckskreatur von Parasiten-Eidechse. Was zum Teufel echt? Ja, ich weiß, es ist alles nicht so einfach. Wir müssen aber diese Viola da jetzt einführen. Au. Behalt das bloß alles drin. Wo ist der scheiße Eingang? Zum Glück können wir das nicht sehen. Das geht ja mit hängen. Bis dann noch am Anfang. Wir dachten wirklich, die Eidechse ist jetzt unser Freund, weil er unsere Sachen hält und all sowas. Wir haben zwar gedacht, okay, er hat sich irgendwie mit uns verbunden. Aber wo hält er unsere Sachen? Vielleicht ist das einfach unser Inventar, unser Rucksack jetzt diese scheiße Eidechse. War sie ja auch. Scheiß Parasiten-Drecksau. Aber was der aus uns gemacht hat im Laufe des Spiels... Nee. Das ist einfach, was geht da überhaupt ab? Das werde ich unkommentiert lassen. So, wir müssen da jetzt runter. Ich hoffe, wir können auch nichts machen jetzt. Wir können einfach nur hoffen, dass wir es runterschaffen und die Fiole da einsetzen können und das uns irgendwie rettet. und du machst bitte nix. Wir müssten ja mit dem Loch hier rechts einfach runter können. Können wir hier einfach kurz mal gucken? Wo wir gerade hier so am rumhumpeln sind. Guck, und die melken da ein bisschen Love in der Mitte. Da entstehen Babys draus. Und hier töten sich irgendwie alle und zerreißen sich. Die machen das so wie dieser scheiß Drecksparasit. Warte, vielleicht gucken wir erst, ob wir uns noch zusammenflicken können, bevor wir hier weiter was machen. Vielleicht können wir die noch einfach da unten in die rote Kugel klauen. Die haben noch im Bauchbereich so eine rote Kugel. Ich fass es nicht. Im Bauchbereich so eine rote Kugel. Vielleicht können wir die einfach in unseren Bauch einsetzen, mit unseren Gedärmen drin. Pff, wer weiß. Vielleicht kannst du auch mal erwachen und uns helfen irgendwie, bitte. Und diese scheiß Eidexe treibt sich immer noch hier rum. Das wird mir ja nicht vergessen. Aber wie abgefuckt die Aussahne, wie sie da von seinem Rücken geklebt hat. Heilige Scheiße, echt. Wie abgefuckt sie aussah. Ich bin aber nicht einverstanden. So. Da können wir sie nichts mehr machen. Das ist diese Fiole hier einsetzen. Gut, die haben natürlich was im Bauchbereich. Da können wir uns sowas auch einfach einsetzen. Was geht der am Schutz? Wir können auch angucken, was das auf dem Sie bluten irgendwie aus der Stirn. jetzt sind wir hier bei ihm. Okay. Hier können wir was mit machen. Können wir uns da einfach reinsetzen vielleicht? Aber erst mal mal bitte gucken. Sind wir verbunden jetzt hier? Können wir hier mit irgendwas machen? Oder vielleicht übertragen wir das Leben von den beiden. Vielleicht übertragen wir das einfach mal auf uns. Wenn wir uns da gleich reinsetzen. Ich weiß es nicht. Ich gucke erst mal noch mal kurz hier. Aber es ist irgendwie auch ziemlich cool. Es ist zwar Todesab... Das habe ich gar nicht gesehen. Diese Dinger wachsen einfach aus ihren Köpfen. Die wachsen einfach aus ihren scheiß Köpfen. was das alles zu bedeuten hat. Ich habe keine Ahnung. Das sieht auch cool aus. Das können wir hier machen. Aber wir machen erst mal das da hinten. hier haben wir auch noch Sachen. Ja, Spritten können wir jetzt eh nicht mehr so wirklich. Hier können wir noch nix machen. Wir machen erst mal das da vorne, denn vielleicht hilft uns das irgendwie. Aber dieses Netz, dieses Netz aus den Toten, aus den... Weiß ich nicht, aus den... Einfach irgendwas... Das ist auch ein Parasit vielleicht. Aber ist das auch ein Parasit? Ich weiß, keine Ahnung. Keine Ahnung, echt. Weiß ich nicht. So, okay dann. Vielleicht hilft uns das ja irgendwie. Also, das ist mir Oh Gott. Das ist nicht sehr hilfreich. Wenn es ihnen geht, gehen und machen.